Okay, und hier sind wir jetzt in der Abteilung Mac Cabot. Ja, das Ganze beginnt mit Plötzlich Prinzessin, die wunderbare Reihe rund um Mia Thanopolis, das ja auch von Disney verfimt wurde. Und dann ging es weiter mit Power Prinzessin, dann Prinzessin sucht Prinz, Dein Auftritt Prinzessin, da ging uns Prinzessin Mia aber sehr auf die Nerven. So, jetzt hatte ich gelesen Prinzessin im Pinkblatt, sie mir wieder wesentlich besser gefallen. Und ja, dann haben wir diese zwei wunderbaren Handbücher von Plötzlich Prinzessin, die ich nur jedem empfehlen kann, der selber zu Hause eine kleine Prinzessin hat. Ja, oder eine kleine Prinzessin werden möchte. So, dann haben wir von Mac Cabot die Tochter von Avalon. Das ist die König Arthurs, sage jetzt transportiert an eine US Highschool. Und die Rätsel findet ihr auch unten in der Box. Und es wurde auch vom Disney Verlag, äh, Disney Verlag, von Disney Channel jetzt verfilmt. So, und dann haben wir hier, oh wie schön ist Kanada von Bernadette Calonego. Leben unterm Ahornblatt aber. Wir hatten uns sehr auf das Buch gefreut. Aber es ist erstens nicht so, dass Kanada, wie wir es kennengelernt haben. Es ist schon sehr in der Wildnis. Ja, und diese Team... Wir waren ja in Toronto und das ist jetzt echt Wildnis. Und, ähm, ja, wir fanden es halt nicht appetitlich, dass dann da auch Pferdehoden gegessen wurden und so weiter. Oder ein Tierkopf da irgendwie auch vorne auf dem Auto rumliegt. Das ist ja weniger was für uns. Ja, Jack Canfield, Hühnersuppe von der Seele, äh, für die Seele, nicht von der Seele, logischerweise. Äh, das sind sehr, sehr schöne kleine Geschichten, die motivieren, die wieder Mut machen, die ein bisschen Hoffnung geben, sind immer zu verschiedenen Themen. Das ist hier jetzt zum Thema gute Besserung. Dann haben wir hier, äh, Hühnersuppe für Körper und Seele, Inspiration für ein gutes Leben rundum. Und noch mehr Hühnersuppe für die Seele, Geschichten, die das Herz erwärmen. Und, äh, davon gibt es ja ganz viel für Frauen, für Teenager, für Mütter, weiß der Kuckuck. Die Geschichten sind wirklich sehr, sehr schön. Auch etwas, was wir gerne mal verschenken zum Geburtstag. So, dann haben wir hier von Ashley Carrington, Fluss der Träume. Ist schon ganz lange her, dass ich das Buch gelesen habe. Ich meine, es handelt von einer Frau, die sich so ein eigenes Geschäft aufbaut. Äh, ja. Alice im Wunderland, Louise Carroll dazu. Dazu muss man nichts mehr sagen, das sollte bekannt sein. Nein, lassen wir einfach mal so stehen. Ähm, so, die ist Bette Davis. Bette Davis, die Biografie von Charlotte Chandler, fand ich sehr schön. Hat mir richtig Spaß gemacht, die zu lesen. Ähm, obwohl ich mit den Filmen nichts anfangen kann von dieser Frau, hat mich doch die Frau und ihre Ansichten, ähm, sehr, sehr fasziniert, inspiriert. Und ich fand diese Bio einfach gelungen. Obwohl ich jetzt, da muss ich aber gestehen, die Teile, wo einfach nur die Filme beschrieben wurden, die sie gedreht hat, weggelassen habe oder nur überflogen. So, dann ein Buch, auf das ich mich total gefreut hatte. Amit Chaudhuri, Mrs. Sengupta will hoch hinaus. Für mich und meinen Indien knallt natürlich genau das Richtige, dachte ich zumindest. Aber das Buch geht sehr auf die indische Musik ein. Ich habe es bis dahin geschafft und dann habe ich für das Erste die Segel gestrichen. Vielleicht greife ich nochmal darauf zurück, aber letztendlich ist das Buch nicht das, was vorne drauf steht. Es geht wirklich sehr um die indische Musik und auch um ihren Sohn. Und es ist nicht die indische Frauenpower, die ich da vielleicht erhofft habe. Aber es ist ein wahnsinnig schönes Cover. Ja, das stimmt. Und im Hintergrund hört ihr unseren Hund, der gerade ein Nest baut und ein wenig in Damenlaune ist. So, Steven Schabowski, Das also ist mein Leben, hat mir richtig gut gefallen. Ist ein wenig wie Der Fänger im Roggen, nur völlig anders geschrieben. Also der Schreibstil ist ein völlig anderer. Und mittlerweile gefällt mir das Buch auch wesentlich besser als Der Fänger im Roggen. Aber dazu dann irgendwann, wenn wir beim Fänger im Roggen sind. So, dann haben wir Menschen, die die Welt bewegten. Albert Schweitzer, Kaiserin Josephine. Ganz klar, obwohl Albert Schweitzer natürlich jemand ist, vor dem man absoluten Respekt haben sollte. Geht es für mich dabei um Kaiserin Josephine. Die wird euch in den Bücherregalen noch häufiger begegnen. Dann habe ich hier von Imo Gen Chichester, Trixelinchen Hexenkind, auch ein Buch aus meiner Kindheit, das ich aber im Laufe der Jahre verloren hatte. Ich habe es mir dann auf Ebay, Gott sei Dank, wieder zurückersteigert. Oder konnte ich es mir ersteigern. Eine ganz, ganz entzückende Geschichte um eine kleine Hexe, die mit ihrer Mutter und ihrem Vater gerne, ja ein bisschen näher am Dorf wohnen würde. Und der Vater ist aber sehr konservativ, der will das nicht so gerne. Ist ganz bezaubernd. So, dann, ja, das hat man auch gelesen. Ja, Susanna Clark, Jonathan Strange und Mr. Norell. Es gab es ja einmal in Weiß mit dem Schwarzen Rahmen und andersrum. Aber das Buch fand ich persönlich also sehr, sehr langatmig. Man hat sich da durchgequält. Ich habe es gelesen. Man hat geflucht zwischenzeitlich. Ja, aber ich wollte dann ja immer noch, ich gebe die Hoffnung ja so schnell nicht auf. So, dann Victoria Clayton, das Haus der Freundin. Ist eben so ein typisches Buch, wie es halt in England spielt. Bisschen Liebe. Ich kann mich da jetzt nicht mehr hundertprozentig dran erinnern. Ich habe diese Bücher von Victoria Clayton aber sehr gerne gelesen. So, Victoria Clayton, Der Garten der Fortuna, gehört auch mit zu diesen Büchern, die halt in England spielen. Landhaus, Cottage, Romantik. Immer was für Mar. Ja, habe ich eine Zeit lang verschlungen. Im Moment ist es weniger, ihr Ding. Ja, dann Catherine Clement oder Clement, wie auch immer, Theos Reise, ein Roman über die Religion der Welt. Das habe ich damals als Hörbuch gehört, fand das absolut interessant und wollte das dann gerne auch im Schrank stehen haben. Der Alchemist ist sicherlich eines der beliebtesten, bekanntesten Bücher, die es zurzeit eigentlich so gibt. Ja, es gehört zu den beliebtesten Büchern der Deutschen. Damals gab es ja diese wunderbare Fernsehsendung mal und es ist auch das Lieblingsbuch von Julia Roberts und von Will Smith und wir haben es gelesen und wir waren auch total begeistert und ich versuche mich auch daran zu halten, jetzt auf die Zeichen zu achten. Denn ja, wir haben damit schon Wundersames erlebt und es ist, also wir fahren gut damit, wenn wir auf die Zeichen achten. Ja, dann haben wir hier von Paolo Coelho Schutzengel. Das Buch fand ich nicht so gut. Vielleicht steht unten eine Rezension von mir. Ich weiß es jetzt aber nicht hundertprozentig, ob ich die im Netz habe oder nicht. Dann von Paolo Coelho Veronika beschließt zu sterben. Ich halte mich ja fern von dem Buch. Aber ich finde es sehr gut. Ich finde es aber auch sehr hart und ich habe mich danach sehr mit dem Verrücktsein überhaupt beschäftigt. Ich habe das Buch aber auch mittlerweile schon dreimal gelesen. Den Film dazu habe ich übrigens noch nicht gesehen und werde ich mir auch wahrscheinlich nicht ansehen. Paolo Coelho auf dem Jakobsweg. Wir waren ja eine Zeit lang total begeistert vom Jakobsweg, ob das jetzt Harpe Kerkeling war oder das Hörbuch von Shirley MacLaine und die ganzen Filme, die es auch dazu gab. So dann eben auch Paolo Coelho auf dem Jakobsweg. Ich finde das Buch aber nur bedingt empfehlenswert, weil er ja doch sehr, ja, ein bisschen anders ist. Und diese Rituale, die er da vorschlägt, ob die jetzt wirklich so, ja, empfehlenswert sind, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass ich die machen würde. Ewing Kofa, Artemis Fowl wurde ja damals gefeiert als der Nachfolger von Harry Potter, was natürlich dem Buch mit Sicherheit keinen Gefallen getan hat, denn es ist völlig anders. Er ist also wirklich ein absoluter Widerling. Ja, ich habe es aber sehr, sehr gerne damals gelesen. Sina mochte ihn überhaupt nicht. Ich habe es jetzt ein paar Mal schon probiert und ich will dieses Buch eigentlich mögen, aber ich breche es immer wieder ab. Ich habe aber auch nach dem dritten Band, ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt mittlerweile davon gibt, habe ich dann auch die Säge gestrichen und aufgegeben. John Corneli, das Buch der verlorenen Dinge, habe ich irgendwann in der Mitte dann auch abgebrochen. Es war ziemlich hart, es war, ich kann mich da irgendwie an blutige Äxte erinnern. Marr hat immer gesagt, das wäre überhaupt nichts für mich und hat auch ein bisschen sehr geschimpft. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, okay, da brechst du doch ab. Ja, aber da tue ich mich ja immer sehr schwer mit. Die Dynastie der Frauen habe ich auch vor Jahren mal gelesen. Wie der Titel schon sagt, wird es sich um eine Dynastie der Frauen handeln. Ich weiß jetzt, ich bringe das jetzt einfach mal durcheinander. Aber was das jetzt genau war, kann ich jetzt auch nicht mehr sagen. So, dann haben wir hier Dori und die himmelblaue Hexe. Das ist so, ja, das Buch mag ich total gerne. Es ist schon uralt, ist mal beim Schneiderbuch erschienen. Hat ganz süße Illustrationen, ist ein ganz, ganz süßes Buch. Hat mich auch in der Kindheit begleitet. So, dann haben wir hier von Diana Cooper das Hundehotel und den zweiten Band oder andersrum, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, in glücklichen Umständen. Das sind eben Romane, die sich um das Thema Hunde drehen. Und ich habe die ja damals sehr, sehr gerne gelesen. So, dann von Egon Cesar Conte Corti Elisabeth eine Bio über die Kaiserin, die wahrscheinlich sehr viele romantische Gefühle hervorruft, die aber doch total anders war, als in den Sissi-Filmen dargestellt wurde. Wir lieben die Filme aber trotzdem. Ja, trotzdem kein Weihnachten ohne Sissi oder fast keins. So, dann haben wir hier Twister. Ich mag den Film ja total gern, habe den schon x-mal gesehen. Das Buch ist so ein bisschen, oder ist wie ein Drehbuch geschrieben. Ich räume jetzt hier vollständig ab. Ist wie ein Drehbuch geschrieben. Haben wir jetzt irgendwo auf dem Wühltisch in der Bücherei für, ich weiß nicht, 10 Cent oder 50 Cent erstanden. Ob wir das noch lesen, wissen wir noch gar nicht. Dann Diana W. Cross, die Päpstin. Hatte ich zum Geburtstag bekommen, aber ich mag ja keine historischen Bücher. Das ist ganz selten mal. Und deswegen habe ich es mal gleich weitergegeben. Und Mar hat es dann gelesen. Und Mar fand es auch sehr gut. Ja, und da wurde mir eigentlich auch erst wieder mal bewusst, welches Glück wir doch haben, dass wir lesen und schreiben lernen dürfen. Ja, dann von Katie Cross, das Mädchen mit dem Stahlkonsett. Ich liebe ja Steampunk. Also das ist ja mein kleines Steckenpferd. Aber dieses Buch konnte mich da nicht restlos begeistern. Aber dazu gibt es auch eine Rezension, die unten in der Infobox dann auch verlinkt ist. So, und dann... Na, was ist denn das? Einfach bezaubernd von Jennifer Cruz. Ich habe das Buch ein, zwei Mal angefangen, wurde damit nicht richtig warm. Habe die Hoffnung aber immer noch nicht aufgegeben, dass es für mich und das Buch noch ein Happy End gibt. Ja, eine Biografie von Miley Cyrus. Ich mag ja Miley Cyrus sehr gerne. Und, oder, ja, es lässt sich drüber streiten. Ich mag sie jedenfalls und ich wollte mehr über sie erfahren. Und deswegen habe ich dieses Buch gelesen. Und ich fand es auch gut, muss ich sagen. Dann kommt hier Roald Dahl, der fantastische Mr. Fox. Ist ja auch verfilmt worden. Dürften die meisten auch kennen. Kuschel, Muschel. Das sind vier erotische Überraschungen, die es dann auch in sich haben. Hexen, Hexen von Roald Dahl. Und Charlie und die Schokoladenfabrik verfilmt von Tim Burton. Sina mag Roald Dahl ja so gar nicht. Charlie fand ich noch ganz okay, aber die anderen Bücher mag ich wirklich nicht. Ich lese ihn ja eigentlich ganz gern. Und das hier ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Ist eigentlich relativ unbekannt von Anna Dale. Hexengeflüster. Das Cover ist ja schon allein. Ja, das Cover ist einfach nur schon traumhaft schön. Und das Buch hat mir damals auch unheimlich gut gefallen. Ist ein Kinderbuch. Es geht nicht. Das Buch ist alles. Vielen Dank.